Hallo zusammen, ich bin Elnita Isenai und mache hier im Psychiatriezentrum und singe die Lehre aus Kauffrau. Ich bin im ersten Lehrjahr und zeige euch heute meine Tätigkeiten. Kommt mit! In meiner Lehre hier bin ich als erstes am Anfang. Dann komme ich hinauf ins Jungen-Resource, dann lehre ins Leistungs- und Verakturierungs-Wennenschwende und noch am Schluss in die Buchhaltung. In diesen Abteilungen nehme ich zum Beispiel das Telefon ab, Patienten und Mitarbeiter empfange oder Verträge erfassen und bearbeiten und im Rechnungswesen helfen. Speziell am Psychiatriezentrum Münzingen ist, dass wir vielseitige Arbeiten haben und durch das Wissen dieser Abteilungen ist es nie langweilig bei uns. Was auch noch sehr gut bei uns ist, ist, dass du als Lehrling durch anspruchsvolle Arbeiten sehr gefördert wirst. Was du für die Lehrstelle mitbringen sollst, ist Kontaktfreudigkeit, grundlegende Computerkenntnisse, offen sein für etwas Neues und einen guten Umgang mit Patienten und Mitarbeitern. So zusammen, ich hoffe euch hat mein Auto gefallen. Falls ja, dann bewerben wir doch bei uns. Tschüss zusammen! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020